Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch in diesem Video nochmal, weil es das erste ist, was ich dieses Jahr 2012 hochladen werde. Und ja, dieses Video besteht aus zwei Teilen. Einmal zeige ich euch meine Lieblingspinsel und ich zeige euch ein Outfit, was ich vor Weihnachten noch getragen habe. Und es geht los mit den Pinsel-Empfehlungen. Zum einen wurde das angefragt, dass ich so ein Pinsel-Empfehlungsvideo mache und zum anderen habe ich es total vergessen. Und jetzt in meinen Jahresfavoriten zu erwähnen, welche Pinsel denn die Lieblingspinsel für das Jahr 2011 bei mir waren. Und das werde ich jetzt in diesem Video nachholen. Und genauso wie bei den ganzen anderen Produkten von meinen Jahresfavoriten 2011 ist es hier auch so, dass ich noch mehr Pinsel gerne benutzt habe und gut gefunden habe. Aber in dieses Video kommen nur die Liebsten meiner Liebsten Pinsel und ich fange an mit den Pinseln fürs Gesicht. Lieblings-Foundation-Pinsel, könnt ihr euch sicherlich schon denken, ist dieser Flat Top Bufferpinsel von BE Cosmetics aus synthetischen Haaren. Damit könnt ihr wunderbar eure Foundation auftragen. Es geht ganz schnell, weil einfach die flüssige Foundation mit den synthetischen und dichten und festen Pinselhahlen besonders schnell verblendet wird. Also damit erreicht ihr auch sehr gut einen natürlichen Look. Und wenn ihr aber eine stärkere Deckkraft von eurer Foundation wollt, dann nehmt lieber so einen flachen Foundation-Pinsel. So einen zum Beispiel. Damit könnt ihr euer Make-up eher schichten. Das hier ist verblendet so für den Airbrush-Look und deswegen mag ich den hier lieber, weil ich ja auch eher ein Fan von natürlichem Foundation-Auftrag bin. BE Cosmetics-Pinsel könnt ihr in dem Online-Shop von Rebecca Flitter bestellen. Ich denke mal, ihr wisst das alle. Und den Link zu dem Online-Shop verlinke ich euch in die Infobox. Dann liebster Rouge-Pinsel ist ganz klar dieser sauteure Pinsel von MAC. Das ist so ein Duo-Pinsel. Auf einer Seite habt ihr synthetische Pinselhaare und auf der anderen natürliche, die so ein bisschen breiter sind, ein bisschen fluffiger. Und ich mache es immer so, weil ich ja oft meinen Rouge schichte, damit es länger hält und besonders farbintensiv ist auf meiner Hautfarbe, dass ich zuerst einen Creme Rouge auftrage und dann einen Puder Rouge drüber stäube zum Fixieren im gleichen Farbton. Und dafür ist dieser Pinsel perfekt und ich finde auch, der ist nicht zu klein und nicht zu groß. Und ja, ich finde, der war sehr teuer, wie es beim MAC-Pinsel leider üblich ist. Das sind ja auch Pinsel für den professionellen Gebrauch, aber hier hat sich jeder Cent gelohnt, weil das wirklich der beste Rouge-Pinsel ist, den ich jemals hatte und ich verwende ihn jeden Tag und super Investition war das für mich. Das ist die MAC 123. Das war in der... also den gab es in der Semi-Precious Limited Edition von MAC. Einen anderen Rouge-Pinsel für Creme Rouge finde ich den sehr gut, ist dieser von Sigma. Das ist der Round Top Kabuki. Den könnt ihr auch gut als Foundation-Pinsel benutzen. Das ist ein guter Allround-Facebrush. Die F82 ist das Sigma. Den Online-Shop werde ich euch auch in die Infobox verlinken. Auch synthetische Haare, auch super viele eng gebundene Haare, sodass es sehr standhaft ist. Und ja, damit könnt ihr auch super cremige Konsistenzen sehr schön und sehr schnell verblenden. Und deswegen ist er auch früher für Creme Rouge geeignet. Und die Form passt auch gut auf die Wangenpartie, wo ihr Rouge auftragen möchtet. Fand ich für Creme Rouge auch gut, aber seit ich den hier habe, habe ich halt immer den benutzt. Letztes Jahr, kann ich ja schon sagen. Letztes Jahr hört sich komisch an, wenn das Jahr noch nicht so lange her ist. Dann, Moment, das ist ein Lidschattenpinsel, habe ich eigentlich immer, 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 immer diesen Lidschattenpinsel für Concealer benutzt. Das ist von, kann man gar nicht mehr lesen, weil ich den schon so lang habe und so oft benutzt habe. Von Fantasia, hat keine Bezeichnung drauf, ist der Bananen-Lidschattenpinsel. Der sieht halt so aus und der ist so super, um schnell mal Concealer unterm Auge zu verblenden. Deswegen habe ich den jahrelang dafür benutzt und ich mag es aber jetzt zur Zeit gerne, also die letzten zwei, drei Monate, mag ich es lieber meinen Concealer zu schichten, damit die Deckkraft stärker ist, weil ich ja recht starke Augenringe habe. Und deswegen benutze ich zur Zeit lieber die SS 194 von Sigma, einfach nur so einen flachen Concealerpinsel. So könnt ihr die große, glaube ich, gut erkennen unterm Auge. Und damit lässt sich der Concealer gut schichten und hiermit eher verblenden. Und deswegen mag ich diesen hier zur Zeit lieber. Ich denke, es gibt in jedem Pinsel-Sortiment von verschiedenen Marken immer so einen standardmäßigen, flachen Concealerpinsel mit synthetischen Haaren. Ja, und das wären dann meine liebsten Concealerpinsel und hiermit kann man auch noch besser Pickel abdecken oder so. Jetzt kommen wir zu den Pinseln fürs Augenmake-up. Das wären recht viele. Ich liebe Pinsel und ich benutze die auch jeden Tag. Und ja, ich schminke mich halt nicht gern mit den Fingern und deswegen benutze ich für alles Mögliche immer Pinsel. Da hätten wir meinen liebsten Lidschattenpinsel und das wäre auch so ein flacher Lidschattenpinsel mit Naturhaaren und ja, besonders lange Härchen und wie ihr sehen könnt, flach gebunden, sodass man auch hiermit den Puder Lidschatten schichten kann. Ich muss bei meiner Hautfarbe ständig die Farben schichten, weil wenn ich die einfach so aufstäube mit einem eher bauchigeren Lidschattenpinsel oder sogar einem Blendpinsel, dann sieht man die Farbe bei meiner Hautfarbe leider nicht. Deswegen auch hier einen guten Pinsel zum Schichten, die Sigma SS252. Ich glaube, die haben jetzt eine andere Pinselbezeichnung. Die neue weiß ich leider nicht, aber ihr könnt ja mal auf der Sigma-Seite schauen, der sieht ja ganz genauso. Dann einen tollen Pinsel aus dem Drogerie-Bereich, den ich auch schon ewig benutze, auch bevor ich YouTube-Videos gemacht habe, von Ebelin, dieser kleine Lidschattenpinsel. Und das ist der perfekte Lidschattenpinsel für Damen mit einem ganz, ganz kleinen beweglichen Augenlid. Damit könnt ihr das nämlich gut noch auf dem beweglichen Augenlid auftragen. Und ja, damit tragt ihr nichts daneben auf, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es den noch bei der Drogerie-DM gibt, aber ihr könnt ja mal schauen, den mag ich sehr gerne. Außerdem, letztes Jahr rausgekommen und ich fand den echt toll, ist dieser Essence. Ich glaube, wie heißt denn der? Smoky Eyebrush. Ich glaube, so hieß der Pinsel. Der lila halt von Essence. Finde ich auch gut für, wenn ihr ein kleines bewegliches Augenlid habt. Damit könnt ihr auch sehr gut auch Farbe in die Lidfalte setzen. Zum großflächigen Verblenden finde ich den jetzt nicht so optimal, aber zum Auftragen von Farbe auf dem beweglichen Augenlid, wenn ihr eine kleine Augenpartie habt. Und zum Setzen der Schattierung in der Lidfalte oder knapp oberhalb der Lidfalte finde ich den sehr super. So, Blendpinsel. Meine zwei liebsten Blendpinsel sind von BE Cosmetics, der Perfect Blender. Und von MAC die 217. Und die Pinsel, die habe ich auch gerade in meinem letzten Make-up-Tutorial. Ich habe nämlich diesen Look für euch aufgenommen, wie ich den geschminkt habe. Und die ganzen Pinsel habe ich dafür benutzt, also fast alle. Und deswegen sind die alle logischerweise benutzt, sind ja auch meine Lieblingspinsel, die ich täglich gebrauche. So, dann Cremelidschatten mag ich ja gerne, also auch Gel alleine als Base auftragen. Und dafür nehme ich immer die beiden. Den benutze ich für helleren Cremelidschatten und diesen hier für dunklen Cremelidschatten. Und diesen Pinsel finde ich sowieso für mich persönlich ein Muss. Der ist auch zweiseitig und hier unten habt ihr so einen Schaumstoffapplikator, damit könnt ihr gut, ja, was könnt ihr damit gut? Und cremige Konsistenzen könnt ihr damit gut verblenden. Ich verblende damit immer Kajalstriche oder Gel alleine Striche. Und, ja, mit dieser flachen synthetischen Seite trage ich dunklen Cremelidschatten auf. Und hier mit dem synthetischen flachen trage ich hellen Cremelidschatten auf. So, dann finde ich von Cosmetic Cosmo ganz, ganz toll. Das ist der beste Pencil Brush, den ich jemals gehabt habe von, ja, Cosmetic Cosmo, wie gesagt. Das ist die Präzisionspia, ja, ulkiger Name, ich weiß. Und damit trage ich immer mein Highlight auf unter der Augenbraue und, ja, im Augeninnenwinkel. Und den finde ich deswegen am besten, weil der besonders spitz ist. Der ist oben nicht abgerundet, der ist ganz, ganz spitz. Und damit könnt ihr ganz gezielt die Farbe auftragen. So, dann noch mein Lieblings Gel Eyeliner Pinsel. Ist einfach nur so ein besonders schmaler. Ich mag so dicke Eyeliner Pinsel nicht. Und das ist der Small Eyeliner E10 von Sigma. Es gibt auch bei Beauty Box, bei der Natascha, gibt es auch noch einen ganz schmalen. Und es gibt auch bei B.E. Cosmetics einen. Und ich glaube bei Zueva gibt es auch einen. Dann von Phantasia mag ich gerne noch diesen abgeschrägten Lidschattenpinsel. Den liebe ich auch. Auch zum Auftragen von Augenbrauenpuder ist der super. Oder wenn ihr einfach mal mit einem dunklen Lidschatten einfach nur einen Lidstrich ziehen wollt. Oder unterhalb des Auges Lidschatten auftragen wollt. Dafür ist der optimal. Und nicht zu dünn. Ja. Das waren meine Lieblingspinsel. Und ja, ich glaube ich setze an dieses Video noch ein Outfit, was ich mal für euch aufgenommen habe. Das war noch vor Weihnachten. Also ist nicht, äh, es ist ein vorgedrehtes Video. Ich hoffe meine Pinseltipps waren hilfreich für euch. Wie gesagt, alle Online-Shops setze ich euch in die Infobox. Hallo zusammen. Heute gibt es wieder ein chilliges, lässiges Outfit of the day von mir. Und ich bin gerade bei meinen Eltern. Und die haben einen wunderschönen Weihnachtsbaum. Guckt euch das an. Ähm, ja, nicht so wie meine Plastik-Weihnachtsbaum bei mir zu Hause. Ich fange mit dem, ähm, Outfit an. Ich trage das T-Shirt, das Life is a Joke-ish, jetzt steht es drauf. Life is a Joke T-Shirt. Und zwar mit Will Smith drauf. Ich finde das voll cool mit dem Schnurrbart hier und mit dem Finger. Und das gibt es auch, habe ich schon gesagt, in meinem Haul-Video von Kate Moss. Von Karl Lagerfeld, von Rihanna, von Katy Perry gab es das auch. Ich weiß nicht, welche Stars es da noch gibt bei diesen Eleven Paris T-Shirts. Es gibt eine Homepage, die werde ich euch mal verlinken. Vielleicht kann man sich die da alle angucken. Ich war selber noch nicht da drauf auf der Seite. So, dann dazu trage ich eine knallrote Jeans. Die ist von Zara, die Jeans. Skinny Jeans. Und die Tasche, ist auch schön mit Ketten und Nieten, die ist von TK-Max. Und damit es nicht zu kalt ist, trage ich da drunter natürlich ein Unterhemd. Und dann trage ich dazu noch einen Pulli, einen Reißverschlusspulli in Grau. Und der ist von Staccato heißt die Marke. Ist wahrscheinlich italienisch, denke ich mal. Ja, genau. Mein Freund nicht, der muss es wissen. Den Schal, den habe ich von Wehmeyer, auch in Grau. Und die Boots, die Boots hier, diese leicht Cowboy-Boots-mäßig angehauchten, sind von Gertz. So. Und die Mütze, die habe ich hier mal geschenkt gekriegt von Tine, der Netmom-Freundin. Ihr kennt sie ja. Und ja, die rote Mützen habe ich auch bei Gina Trikot gesehen. So im Schlumpf-Style. Und das war es auch schon. Ach, ich habe nur einen Ohrring heute drin, weil den anderen habe ich heute leider in der Stadt verloren. Hatte ich euch ja schon erzählt. Und ja, deswegen nur einen Peace-Ohrring dazu. Und ja, das ist so mein chilliges, rockiges Outfit of the day. Und das war es auch schon mit dem Video. Ein kleiner Quickie mit mir war das jetzt. Und ich hoffe, dass Fresh Prince Outfit gefällt euch. Und ansonsten seht ihr mehr von mir in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020